Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich wiederhole heute mit euch eine Tour und zwar auf die Jochbergalm. Wir waren da fast genau vor einem Jahr um. Das ist eine schöne, schattige Tour, so habe ich es auch da schon beschrieben. Und für mich ist einfach die Meinung von Sehnerinnen, Hüttenwirt und so weiter wichtig, bald genauso wichtig wie die von ein paar Leuten bei der Bergwacht sind, die ich ganz gut kenne. Und dann interessiert es mich mal, was sich da in der Gegend neu zu tun hat. Auf geht's! . Der erste Teil ist so, da sind wir schon mal Richtung Hochgern nachgegangen, da bin ich da links abgebogen und heute halte ich mich aber rechts, da ist so geschrieben, zu Jochbergalm Ja, da ist jetzt nichts angeschrieben, wir müssen trotzdem rechts, links gehen jetzt eben noch mal zum Hochgern nachgegangen, Richtung Agas Gschwind Ich habe es ja letztes Jahr schon als schattige Sommertour beschrieben und heute profitiere ich selber mal von Anfang meinen Videos, weil heute soll es wieder 31 Grad haben und da braucht man halt nichts, wo man hauptsächlich in der Sonne geht, gerade für einen Aufstieg, das ist da drin, man merkt schon, dass es leicht dampfig ist heute, aber trotzdem eben nicht so heiß, dass man jetzt schon gleich einen Liter Wasser braucht, es ist richtig schön zum Aufstieg da Ruckzuck ist aus dem Prädernweg ein Steig geworden, ganz ein kurzes Stück bergauf und jetzt geht es leicht bergab down und wieder Musik Lasst euch nicht täuschen, das ist nicht immer dieselbe Holzbrocken, auch wenn sie sich ähnlich schauen, die sind da drin richtig modern, da kommt eine nach der anderen. Wer mein altes Video von da kennt, der weiß, ja, den Wegweiser haben wir letztes Mal auch gesehen, hin und dazu ist ein bisschen zugewachsen, da steht aber auch nur Unterwössendort und oben, ich weiß nicht, ob man es durch die Bladl sieht, aber ich glaube schon, steht es nochmal, Jochbergalm und die Grundbachalm. Musik Und wie das letzte Mal überqueren wir auch die Straße bloß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen zum Gatter von der Jochberg Elmen. Auch der Radlfahrer ist da gern herum. Da gibt es auch eine Straße auffahren natürlich. Und jetzt wenn wir da oben an dem Schüttl, vielleicht sieht man es, gehen wir links. Und dann sind wir praktisch schon da. Wir kommen zu der Jochberg Elmen. Es sind drei. Man kann bei allen drei einkehren. Ich war letztes Jahr in der ersten und da steuerte ich heute wieder hin. Ich möchte mal schauen, was sich verändert hat von einem Jahr aufs andere. Es war ja fast dieselbe Zeit. So, ich starte gerade wieder von der Jochberg Elmen. Und jetzt gehe ich noch über die Rechenbergalm runter. Ich habe gerade gefragt, dass scheinbar aktuell wieder jemand vom Dampfschiff abgestürzt ist. Ihr wisst es, ich war einmal oben. Das ist nicht ganz ohne da rauf. Heute lasse ich es einmal aus. Und gehe dann über die Rechenbergalm wieder runter. Ich zeige euch die ganze Runden. Wie gesagt, ich habe es schon einmal gemacht. Letztes Mal beim Abstieg nicht so gut aufgenommen. Bis zum nächsten Mal. Da ist noch einmal ein Schüttl. Und da geht ein Steigweg. Der geht Richtung Dampfschiff auf. Weiter vorn geht es auch noch einmal rauf. Da bin ich als Letzte mal raufgegangen. Das ist noch, ich denke einmal, relativ gesengt einfach ein Aufstieg. Aber es ist halt da nichts gesichert. Und ich weiß auch im Moment nicht, wie der Weg zustande ist. Das zeige ich euch kurz noch. Ich werde es halt heute auslassen. Und ich von meinen treuesten Seelen und meinen Abonnenten habe mir auch erzählt, dass er da oben schon einmal war und ein paar junge Leute fragen hat müssen, ob sie ihm nicht schauen, wo er hinsteigt. Weil er beim Runde gemerkt hat, dass er eine Unsicherheit drin hat. Und das sind halt die Tücken, wenn man so kleine Abstecher geht. Da ist das Absteigen schnell schwieriger wie der Aufstieg. Gleich, nachdem wir durch den Zaun durch sind, gehen wir jetzt eben noch einmal links rauf zum Dampfschiff. Das ist der Steig, den habe ich euch als Letzte mal gezeigt. Wie ich über die Rechenbergalm aufgegangen bin und auch, wie ich das letzte Mal über die Jochbergalm rauf bin. Wenn es interessiert, dann kann sich das alte Video anschauen. Ich weiß aber im Moment nicht, wie der Wegzustand ist oder ob sich irgendetwas verändert hat da oben. Ich meine, der Absturz, wie wir gehört haben, zeigt wieder einmal, dass man lieber einmal umdreht, als dass man meint, man muss unbedingt rauf. Da ist es beim Absteigen oft schwieriger wie rauf. Das betone ich immer wieder. Und dann ist es halt einmal gescheiter, wenn man es einmal bleiben lässt. Und dann ist es beim Absteigen. Wir sehen gleich rüber. Wir kommen jetzt dann zur Rechenbergalm runter und wären dann auf dem Weg nach Oberwölzen. Ist natürlich für uns falsch. Darum muss man beim runtergehen nochmal aufpassen. Da geht es noch von der Straße einmal in eine Kurve, rechts in den Steigweg. Die Steig, die zeige ich euch natürlich auch. Die dürfen wir nicht übersehen. Die Steig, die wir nicht übersehen. Die Steig, die wir nicht übersehen. An der Rechenbergalm ist wieder richtig was los. Ich gehe heute vorbei und man sieht, gut ausgebaut die Straße. Da kommt man natürlich leicht rauf. Die ist, denke ich einmal, schon fast mehr besucht, wie die Jochbergalm. Man ist schneller da, wie man denkt und ruckzuck geht es rechts in den Steig rein. Weil, wie ich gesagt habe, man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übersieht. Und ihr merkt es auch bergab, ist der Weg schattig und kühl. Wichtig ist, dass man die Steine nicht übersieht, weil wir ja wieder nach Unterwössen messen und nicht nach Oberwössen, wo uns die Straßen unterbringen. Da müssen wir nicht rauf, sondern... Und das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg. Wir gehen schon da links runter, da geht es nach Unterwössen runter und dann ist es nicht mehr ganz so weit zum Parkplatz. Durch die Bäume sieht man durch, da sind wir raufgegangen. Das ist wie unser Bach vom Anfang. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi ab. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren, als wir nur in einer Wander-App.